So und weiter geht's mit der Schleichmission, nachdem wir hier so getan werden, äh getan hätten, als wären wir, äh, Alexia, was ich war, ich helfe, ich komme langsam durcheinander mit den ganzen Frauengeschichten, Kane und seine Frauen, wirklich. Was gibt es? Komm, tschüss. Peng. Stopp, du, erst mal los. Ja, mit freundlichen Grüßen. MFG. Lassen Sie sich Zeit. Genau mein Typ. Was brauchen Sie? Hm. Bin allzeit bereit. Arbeiten wir zusammen. Ich arbeite allein. Na dann. Ich warte. Was gibt es? Entschuldige die Sauerei. Wie ist der Plan? Vertrauen Sie mir. Ja, mein Gott, lauf zu. Barsch, langsam. Was jetzt? Ich verstehe. Persönliche Zustellung. Positiv. Machen wir uns an die Arbeit. Wie ist der Plan? Was jetzt? Kann ich Ihnen helfen? Wie ist der Plan? Ich erledige das. Kinderspiel. Stealth Einheit geordnet. Drücke vor. Schießen? Kann ich irgendwie helfen? Also? Kann ich Ihnen helfen? Wie ist der Plan? Freut mich, Sie gehen zu lernen. Was gibt es? Wie Sie meinen? Natürlich bin ich bereit. Natürlich bin ich bereit. Ach, also wirklich. Natürlich bin ich bereit. Ich arbeite allein. Ja, nicht ganz. Machen wir uns an die Arbeit. Da hängt so ein Schnarch. Ich kann ein Schlammer. Ingenieur hinter dir. Ich erledige das. Schießen? Arbeiten wir zusammen. Ich arbeite allein. So. Ähm, und wie komme ich an dem Turm vorbei, bitteschön? Ah. Ah. Natürlich bin ich bereit. Ich kann helfen. Ich kenne den Weg. Ich arbeite allein. Positiv. Rücke vor. Ich hoffe, ich könne dir irgendwas reißen. Ist er der Nächste? Mit freundlichen Grüßen. Jetzt müssen wir diese komische Strom da oben abstellen. Geboome. Das ist der Höhe. Ich verstehe. Ich habe selber gelegt, die Bombe. Rücke vor. Ne? Was gibt es hier? Ich verstehe. Okay. Positiv. Ne, gut. Hat das Problem natürlich, dass ich hier... Ist der Säft jetzt weg? Ja, ich bin hier. Was brauchen Sie? Ich weiß, was Sie meinen. Allzeit bereit. Hm. So, mal gucken, dass mir hier niemand in den Rücken zählt. Ich kann ich Ihnen helfen. Überlassen Sie mir. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Rücke vor. Ist der der Nächste? Ja. Ja. Positiv. Okay. Das wird ein Spaß. Mit Explosiven. Machen wir uns an die Arbeit. Wie ist der Plan? Arbeiten wir zusammen. Ja. Ich verstehe. Was gibt es? So. Was jetzt? Machen wir uns an die Arbeit. Ich regle das. Ich kann Ihnen helfen. Natürlich bin ich bereit. Kann ich irgendwie helfen? Mehr Gebäude. Bin allzeit bereit. Ich kann helfen. Ja, ich bin hier. Was jetzt? Mh, 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 mh. Bin allzeit bereit. Rücke vor. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Natürlich bin ich bereit. Der Beide besetzt. Persönliche Zustellung. Das Einsatzziel erreicht. So. Was denn noch alles? Wir insinieren. Daten gesichert. Erbitten Evakuierung. Ja. Hier ist meine Karte. Ich spreng noch ein bisschen was. Mir ist langweilig. Ich verstehe. Bringen Sie den Saboteur zum Exfiltrationspunkt. Ja. Von dort lassen wir die Pläne des Ionenschildes an das Oberkommando der GDI durchsickern, um Killian endgültig zu diskreditieren. Ach ja, Killian. Stimmt. Killian soll man diskreditieren. Bin allzeit bereit. Wo ist eigentlich jetzt mein... Neues Monusziel. Vorwärts. Was? Den muss ich jetzt zu fün... Was soll ich machen? Bereit! Stealth-Einheit geordnet. Moment. Muss der jetzt nach fünf? Boah. Natürlich quer durch die Karte. Reimdienstdaten aktualisiert. Ich warte. Ja! Ich arbeite allein. Ja, bin mein! Los! Der ist ja eigentlich so schnell, also... Ich bin... Naja. Ich mache trotzdem. Ich speichere trotzdem. Ja. So. Ja. Bereit! Bereit! Angriff! Hier war ich schon einiges gekleert hier, ne? Feindliche Einheitenansicht. Einheit wird angegriffen. Ha, ich bin viel zu schnell. Los geht's! To fast for you, würde ich sagen, ja. Los! Hm, jetzt bin ich wieder zurück. Ist natürlich suboptimal. Kann ich hier... Ah ja, da bin ich sicher. Dann fahr' ich doch auch da durch am besten. Ja, allerdings. Dings. Die haben ganzes Spiel draus gemacht. So, jetzt aber hier Vollgas durch. Naja, bestimmt nur so ein Raketendings. War jetzt nicht so schwer. Aber jetzt. Aber jetzt. Kommt der angeruckelt. Mensch, hier können die Missionen aber auch echt... ...in die Länge ziehen, Leute. Das ist ja echt nicht zu glauben. Ja. Danke, danke. Wir wollen doch nicht, dass der Tempel beschädigt wird. Ja, okay. Mission erfolgreich. Hm. Na gut. Also. Ja, ne? Was soll man dazu sagen? Ja, alles gemacht. Ja, gut. Ah, das wäre... Ja, na gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, ob wir damit durchkommen. Ich bin doch nicht so ganz sicher. Ja.